Sir Michael John Gambon, CBE ist ein irischer britischer Schauspieler, Werdegang. Gambons Karriere begann im Jahr 1963 in Dublin am Edwards-McLean-Oagate-Theater. Unter Sir Lawrence Olivier gehörte er zum Original-Ensemble der National-Theater-Kompanie am Old VEC. Er hatte in vielen Stücken die Hauptrolle inne, die von Alan Ikeburn geschrieben waren. Später ging Gambon nach Birmingham, wo er in Adelo die Titelrolle spielte. In den darauffolgenden vier Jahrzehnten hat sich Gambon als einer der größten Theaterdarsteller seiner Zeit etabliert. Beinahe wäre Gambon auch James Bond-Darsteller geworden, denn die Produzenten der Serie testeten ihn für die Rolle. Er wurde aber abgelehnt, da die Verantwortlichen diese Rolle nach George Latzenbeam nicht noch einmal mit einem unbekannten Schauspieler besetzen wollten. Von 1992 bis 1993 verkörperte er in zwölf Folgen einer britischen Fernsehserie den Kommissar McGree. Vom dritten Film der Harry Potter-Filmreihe anspielte Michael Gambon den Schuldirektor Albus Dumbledore. Die Rolle war in den ersten beiden Filmen mit Richard Harris besetzt, welcher jedoch nach schwerer Krankheit am 25. Oktober 2002 verstarb, so dass eine neue Besetzung notwendig wurde. Michael Gambon ist als Kinofilmschauspieler weniger bekannt, aber auf der Bühne ist er einer der bemerkenswertesten Charakterdarsteller Großbritanniens. Dabei stammt er ursprünglich aus Dublin und ist irischer Abstammung. Als Tribut an den verstorbenen Kollegen spricht er Professor Dumbledore im Original mit irischem Akzent. Der Synchronsprecher für den deutschsprachigen Raum war zuerst Klaus Höhne ab Harry Potter und der Orden des Phönix, dann Wolfgang Hess. Gambon ist auch britischer Staatsbürger. Er wurde 1992 von Königin Elisabeth II. zum Night Bachelor geschlagen und darf sich daher Sir nennen. Gambon hat das Sammeln antiker Waffen zum Hobby. Des Weiteren besitzt er eine Pilotenlizenz und ein eigenes Flugzeug, Filmografie, Auszeichnungen und Nominierungen. 1986 erhielt er den Laurence Olivier Theatre Award für die beste Darstellung in einer Komödie in Agurus of Disappruvel. 1987 bekam er den London Evening Standard Theatre Award als bester Schauspieler für seine Leistung in View from the Bridge. 1990 Auszeichnung mit dem London Critics Circle Theatre Award als bester Schauspieler für in Man of Aller Moment. 1995 wurde er ausgezeichnet mit dem Laurence Olivier Theatre Award und zusätzlich London Evening Standard Theatre Award als bester Schauspieler für Volp One. 1997 war er nominiert für den Broadway's 1997 Tony Award als bester Darsteller für Skylight. 1998 nominiert für den Laurence Olivier Theatre Award für den besten Schauspieler der Saison. 1997 für Tom & Clem am Altwich Theatre. 1999 nominiert für den Laurence Olivier Theatre Award für Alle Unexpected Man. 2000 ausgezeichnet mit dem 2000 London Critics Circle Theatre Award für Alle Caretaker at Alle Comedy Theatre. 2003 nominiert für den Laurence Olivier Theatre Award für Best Actor von 2002 für seine Darbietung am Royal Court Theatre Downstairs. Nachweise Vorlage Internetquelle Wartung Zugriffsdatum nicht im ISO-Format Vorlage Internetquelle Wartung Datum nicht im ISO-Format Die Greatest Starge Ektar Die Greatest Starge Ektar In The Starge 16 Dezember 2010 Archiviert vom Original am 27 Dezember 2010 Abgerufen am 17 Januar 2011 Vorlage Internetquelle Wartung Zugriffsdatum nicht im ISO-Format Darsteller Michael Gemben In Deutsche Synchron-Kartei Abgerufen am 17 Januar 2011 Michael Gemben Biography of the Scali Normdaten GND 121.581.276 LCCN Nr. 95.001.700 VEAF GND